es ist ein Jahr gibt das Wort eine Pumpe Wuster kommen Gott sei Dank Mann gibt es die Pumpe und die Pumpe die Nummer auf Mann das hätte die nicht auf das ist ich kann auch nicht ich brauche Rüstung ich bin so ein Scheiß von mir Die Türen was machen. was soll ich machen Phoenix Transporter zerstören Tower Leben verlassen Phoenix Computer Netzwerk lahmlegen Serverum zerstören das ist aktiviert wo ich irgendwie, Moment wo ich es zum Eintreten bin verstehe ich nicht auch klar dass das nicht aktiviert ist wir denken können das das hat ein Geschenk ich glaube ich habe nach den beiden Deppen nach den drei Deppen nicht gespeichert kann das sein natürlich ist das so ich kriegskotzen okay schön Prozent ich will die Pumpe doch nur haben egal mal immerhin habe ich eine Diegel ja die Pistole hier immerhin müsste vorerst funktionieren also also ich bespeichern siehst du mich die die der 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 die die geschützt alles klar alles beste noch mal speichern mit einem lebenspunkt das ist ja auch normal hallo Kamera bitte lächeln gehen wir mal da rein ich bedenken dass es nicht geht mein Gott hier rein ich hab schon den perfekten Ort für mein Minigeschitz gefunden so kopsen hier ist echt das Kotzen so in dieser Ketchup-Wildschirm, man so in dieser Ketchup-Wildschirm, man boah, ey, ist doch nicht die Möglichkeit so wie ein Minzek Ketchup-Wildschirm dass hier rauskommt mit dieser K threaten Beobachtung die Fluchte die Fluchte die Fluchte die Fluchte die Fluchte die Fluchte tan die Fluchte die Fluchte die Fluchte ein ausfällig okay wenn ich weiß ich spreche mal eben ab dank mein freund und dienster in solch hätte jetzt keine eine Panzerung kannst du dich irgendwie wieder mitnehmen zum Teufel noch mal eine Panzerung meine Güte Gott Ruckla was soll das denn hier ich wollte nur eine Panzerung ich werde gerade ein Leben erhalten ich würde sie ändern Mann K K okay es kann nicht beruhigt sein, also ja, also genau das ist doch ich will auch nochmal was zum ich krieg keine Rüstung, nichts es ist doch zum Kotzen ohne Witz, das ist richtig zum Kotzen ich möchte bitte wieder haben ich krieg dich nicht wieder, fick dich doch so, alter speichern versuchen nicht zu verrecken das ist doch so, alter ich aus als wäre ich blond oder so doch zum kotzen mann ja kann ich mal gucken oder was schießt denn darum viel zu viel Leben verloren hey Leute diese Mission ist dermaßen zu kotzen ich bin mit denen und warum waren die so rum sagt bloß, sie schieben noch mein Geschick ja 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 ich hoffe, hier kehrt gerade ein bisschen Ruhe ein schwarzer Balken hier in der Mitte ist auch gut ok, ganz ruhig, also nochmal speichern, Entschuldigung Leute aber ich tue mir das jetzt hier nicht 50 mal ist hier was drin? hier ist was drin was haben wir denn hier drin? oh, das sieht doch gut aus ich kann immer noch nie aufhören und sich da für irgendwas wegwerfen ne, wie hab ich die nochmal wegworfen, so ne? ne, äh hab ich die nochmal wegworfen irgendwie hab ich die weggeworfen ich weiß nicht mehr wie ok, egal, weiter geht's haben die sich ernsthaft von dem Geschütz angelegt? Tatsache die haben sich echt von dem Geschütz angelegt, die doof naja, egal die Türen stehen offen, sieht man nur nicht ok, den Raum muss ich glaube ich rein so, bingo ja, 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 ja so, jetzt ist erstmal alles wieder in Ordnung wir haben volle Rüstung können das Spiel speichern ach, schön sicherheitstür deaktiviert sicherheitstür geöffnet hä? Zugang zur Treppe verschaffen sicherheitstür deaktiviert hä? also die Zwischentürdinger hier, oder was? ah, ok können wir nochmal speichern und vielleicht jetzt endlich mal etwas geplanter und chilliger hier durchgehen also erstmal nachladen, alles so alles ist gut okay das hat mir viel zu viel Leben gekostet außerdem spieler ich das Spiel neu bis gleich soo versuchen wir's doch glatt nochmal ich hab kein Fadenkreuz super 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 Aktion ich hab kein Fadenkreuz so, hab ich jetzt ein Fadenkreuz? nein, hab ich ihn nicht krieg ich jetzt eins? danke so, nochmal speichern